Na, die kommen ja doch bestimmt durchs Wasser. Ja, natürlich. Und jetzt? Da oben ist einer. Oh, geil. Ich krieg genau aus deiner Richtung nen Schuss. Ich hab den zweimal mit der Windfield getroffen. Warum ist der nicht umgefallen? Ich versteh das nicht. Scheiße! Hier wohnt ein Rahmen aufgeschreckt bei mir. Schau mal, hier können auch welche gespawnt sein, ne? Auf der linken. Nee, rechten. Rechten? Nee, links. Jetzt sind wir nämlich links-rechts gespawnt. Ich würde sagen, von Richtung Skabale können die dann noch... Ja, genau. Die können sich entscheiden. Das ist links, nicht rechts. Oh, der Boss ist hier. Nice. Hier lag ein Hammer, der werde ich den schon mal mitnehmen. Vorsichtshalber, bevor man gar nichts mehr findet. Und so, da hinten. Ich nehme da vorher den Hinweis. Ich lege da auch noch einen Hammer. Gut, ich nehme nicht mehr den Hinweis. Den Hinweis habt ihr genommen. Hier legt auch noch einen Hammer. Jo, markier mal bitte. Da. Oh. Bei Skabale sind wir, oder bei der Kapelle. Skabale, klar. Ja. Oh, die haben gerade die Haifrunde geballert. Wollen wir die erst totmachen? Jetzt warten, bis die kommen. Ich will nicht warten. Ich will ihnen entgegen... Achso, den Enten. Das sind Enten. Willst du ihnen entgegenlaufen? Richtung Skabale, wo nicht jeder hört? Oder nicht clever? Die kommen ja doch bestimmt durchs Wasser. Ja, natürlich. Aber das sind Warten. Ja. Oh, die kommen rüber. Die laufen da. Die sneaken da durchs Wasser. Also, da bei der Insel. Okay. Oh, davon ist nicht einer hier. Da oben ist einer. Ja, nice. Okay, ich hab den nicht richtig erwischt. Ich glaube, ich hab ihm dann noch einen Rest gegeben. Ja, ja, genau. Der ist umgekippt. Das war aber ein anderer. Und er sitzt noch weiter hinten. Von dem. Oh, der andere steht auf der Insel. Ich hab das Easter Egg gefunden. Jungs, auf der Insel. Jau, ich seh grad nix. Bin hinten. Hinten, unten. Was, auf der Insel? Ja. Linke Seite. Von dir aus. Da ist einer. Da ist einer. Ach so. Ich hab nen Hit. Genau da, wo ich markiert hab. Ist jetzt grad nach hinten. Ja, das seh ich leider nicht. Gut, dass ich niemanden sehe. Und ich wie so ein aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend renne. Weil hinter uns sind nämlich auch schon welche, ne? Westen rum. Südwest. Oh, geil. Ich krieg genau aus deiner Richtung nen Schuss, äh, äh, ähm, Dings hier. Hatse. Genau aus deiner Richtung der Schuss gekommen. Wieso? Ja, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ist genau aus deiner Richtung gekommen. Naja, aber... Irgendwo da ist einer. Ja, ich hab nen gerade aber erst wieder weggerannt. Ja, da hinten muss einer sein. Okay. Irgendwo da in die Richtung Süden. 150, 165. 150, 165. Ja, nice, ey. Ich kann hier nichts machen. Das geht nicht. Okay. Ich geh mal spinne kloppen, ehe ich gar nichts mache. Ja. Das ist ne gute Idee. Oh. Oh, einer ist bei mir hier drüben. Der hat die Position gewechselt, der ist da. Ah, okay. Ich seh nicht. Ich hab auch was abgekriegt. Das ist ein Schwarzmantel. Und bei mir. Rotieren ein bisschen. Wo hast du das letztes Mal gesehen? Och, geil. Ich krieg genau hier einen Hit. Ja, da ist er. Der geht immer weiter nach links. Mhm. Vielleicht kommt er ja hinten vorbei. Er sitzt fast eingeschossen. Da vorne. Hey, Thomas. ist wieder dahinten das war der das war meine richtung von da ungefähr blöd nur ich sehe die nicht aber die sind mich wahrscheinlich jetzt hänge ich hier noch fest oder ich bin da vorne durchgekommen wollen wir uns ein bisschen zurückziehen und die kommen lassen weil aus südwesten kommen halt noch welche ich sitze ja eigentlich recht gut muss ich sagen ja nicht lange sage ich dir ich kann mich eigentlich nur in schlechtere position zurückziehen tja wo sind die hin ja die rotieren halt also bei dem einen sieht so aus dass wir gleich von nordwesten kommt es immer weiter nach links rum ja dann werde ich auch immer wieder wasser teufel oder so scheiße hier wurden rahmen aufgeschreckt bei mir und der scheiß wind viel alter hier 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 ja abrücken panzer darum Ich habe den zweimal mit der Windfield getroffen. Warum ist der nicht umgefallen? Ich verstehe das nicht. Das ist auch wieder da vorne. Ah, da ist einer. Ah, da vorne. Der ist jetzt hier drüben. Er kriegt gleich Besuch, Verstärkung von seinem Kumpel. Schade. War ich schon auf der Seite. Oh, jetzt kommt einer hier aus dem Süden. Ja, das war der, der die Enten... Den habe ich. Sehr schön. Nice, das war super. Ich bin aus dem dritten Stock runtergefallen. Easy. Aus dem dritten Stock? Ja, keine Ahnung. Leiter hoch, nochmal. Ja, Leiter hoch, Treppe hoch. War für mich der dritte Stock. Hat es dir das Leben gekostet? Naja, fast. Uh. 50, nee, nicht 50, 25 Leben hatte ich noch. Und bemerkt, der Fettsack ist neben mir. Neverständlich. Schade. Säge. 키. Untertitelung des ZDF, 2020